Hallo Freunde der Kanaren! Herzlich willkommen auf meinem Kanal! Montag, der 27. November 2023 Das Maspalomas Costa Canaria International Tourism Forum Versammelte hunderte internationale Spezialisten und Akademiker in Maspalomas auf Gran Canaria Diese elfte Ausgabe, die von der OLPGC, dem Stadtrat von San Bartolomé und dem Cabildo de Gran Canaria organisiert wird, widmet sich wichtigen Themen im Tourismusbereich. Einige der behandelten Themen waren Luxustourismus, Potenzial und Trends Klimawandel angepasste Hotelarchitektur, wie können Hotels nachhaltig gestaltet werden? Gesundheitstourismus, ein aufstrebender Bereich Tourismusphobie, Herausforderungen und Lösungen Renovierung von Einkaufszentren in Touristenzielen, Verbesserung der Besuchererfahrung Zu diesem Thema sind bereits zwei aktuelle Berichte auf meinem Kanal verfügbar, Annexo 2 und CC Metro, oben rechts abrufbar. Künstliche Intelligenz im Tourismus, wie beeinflusst sie die Branche? Am zweiten Tag wurden Themen wie die Organisation der touristischen Nutzung von Wohnraum, Gastfreundschaft, technologische Schlüssel und Kundenfeedback diskutiert. Es ist eine großartige Gelegenheit für den Austausch von Wissen und Erfahrungen im strategisch wichtigen Tourismussektor der Kanarischen Inseln. Die Anwesenheit von Präsident Antonio Morales, Ministerin Jessica de León, Bürgermeister Marco Aurelio Pérez, un Rektor Juiz Serra, unterstreicht die Bedeutung dieses Forums. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.